Herr Dr. Wiegand, Sie sind der ärztliche Leiter des Psychiatrischen Krankenhauses in Weiglingen und halten Sie es für denkbar, dass der Konstantin Trieger aus dieser Klinik ausgebrochen und vor allen Dingen wieder hineingekommen ist? Nein, das ist absolut ausgeschlossen, dass Konstantin Trieger unbemerkt die Klinik verlässt und dann auch noch genauso unbemerkt wieder in die Klinik eindringt. Das ist absolut unmöglich. Sind Sie sich wirklich sicher? Ja, absolut. Nicht nur hundertprozentig, sondern da kann ich wirklich sagen, da bin ich tausendprozentig sicher. Psychiatischer Begriff, ja. Denn unsere Klinik, die ist wirklich nach den neuesten Sicherheitsstandards ausgerichtet und wir haben halt einfach wirklich alles an Sicherheitsstandards, die es gibt. Wir sind sogar noch über diesen Punkt hinaus dessen, was gesetzlich vorgeschrieben wurde und man kann wirklich davon ausgehen, dass unsere Klinik ein Musterbeispiel an Hochsicherheit ist. Herr Dr. Wiegand, das haben schon so viele Kliniken aller Art von sich behauptet. Wie lange? Genau so lange, bis der erste Ausbruch irgendwann stattgefunden hat. Ja, das ist richtig. Aber in diesem Fall können Sie wirklich davon ausgehen, dass diese Klinik absolut sicher ist. Ich kann Sie gerne mal einladen, dann können Sie sich einfach mal ein Bild machen, die Sicherheitsvorschriften sich einfach mal ansehen und dann werden Sie mir schon recht geben. Es geht um Konstantin. Trier hier, ein ziemlich intelligentes Kerlchen, hat es schon mal geschafft auszubrechen. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass er das nicht auch bei uns versuchen würde. Aber ich kann nur sagen, er wird es nicht schaffen. Und da wird er sich dran gewöhnen müssen und Sie auch. Ja, für diesen Irrtum hat man schon mal eine junge Frau bezahlen müssen mit ihrem Leben. Und zwar genau die Frau, die Trigger damals nach seinem ersten Ausbruch direkt einen Tag später umgebracht hat, nach seinem Standardschema. Und genau das Gleiche hat er jetzt hier auch mit Laura Halberstedt gemacht. Frau Wulff, bitte, ich bitte Sie jetzt wirklich, das ist der letzte Strohhalm, an dem Sie sich festhalten. Der ist aber schon längst abgeknickt. Er hat zur Tatzeit in der Klinik gesessen. Er kann es nicht gewesen sein. Das ist ein ganz klarer Fall hier von einer Tripbrettfahrerei, Copykill. Der Angeklagte hat das gemacht und der hat hinterher die Leiche, wir sehen es auf den Fotos da sehr gut, genauso drapiert, um den Verdacht irgendwie auf den zu lenken. Herr Barth, vielleicht wussten Sie nicht mehr, dass er noch in der Klinik saß. Das stand ja nicht unbedingt in der Zeitung. Es ist so, dass bei uns wirklich kein Mensch einfach unbehelligt rausgehen kann. Und es kann auch kein Mensch unbehelligt einfach die Sicherheitszonen passieren. Das geht überhaupt gar nicht. Wir haben die neueste Sicherheitstechnik. Es ist absolut alles Video überwacht und wir haben hochmotivierte Mitarbeiter. Bei uns, da kommt nicht mal eine Maus rein, ohne dass ich das genehmige. Ja, genau. Herr Dr. Wiegand, was sollen Sie da jetzt auch anderes sagen als Klinikleiter? Also bitte, das verbiete ich mir jetzt aber wirklich. Sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass ich es zulassen würde, dass der Herr Träger einfach so die Klinik verlässt und ich lasse das unter den Tisch fallen, nur um mich meiner Verantwortung zu entziehen. Ja, soll ich Ihnen was sagen? Genau das glaube ich. Genau das. Wenn rauskommen würde, dass einer Ihrer gefährlichsten Insassen, die Sie in Ihrer Klinik haben, rein und raus spazieren kann, wie es ihm gerade gefällt, das hätte erhebliche Konsequenzen auch, gerade für Sie persönlich. Und ich denke, Sie können sich mit Sicherheit noch richtig gut daran erinnern, was damals in Weiglingen los war, als da in der Presse bekannt gemacht wurde, was für eine Klinik Sie da hinsetzen, mit was für Insassen. Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das ist ja gerade mal acht Jahre her. Und genau aus diesem Grund übrigens haben wir ja auch bessere Sicherheitsvorschriften, als das normalerweise gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir gehen darüber hinaus. Und als dann halt noch bekannt wurde, dass der Herr Träger bei uns als Patient in der Klinik ist, ja, da sind die Leute beinahe Amok gelaufen im Ort. Aber, naja, ich kann jetzt ehrlich gesagt da nicht mehr einkaufen gehen. Ich werde da nicht mehr bedient aus seiner Tankstelle. Ich muss ehrlich sagen, also mich wundert das nicht. Wundert Sie das? Die Leute haben doch Angst. Das ist ganz verständlich. Bei den Insassen, die bei Ihnen da einsetzen. Und ich denke, wenn die Bewohner mitkriegen würden, dass Ihr gefährlichster Insasse, den Sie dort haben, ausgebrochen ist, Sie könnten die Klinik doch sofort dicht machen. Wo sollen solche Kliniken denn gebaut werden überhaupt? Auf den Mond dann demnächst. Dass die Bevölkerung das nicht passt, das kann ich ja einsehen. Aber dass Sie sich zum Sprachrohr jetzt da machen müssen, das kann ich nicht nachvollziehen. Alle sagen immer, dass psychisch kranke Straftäter weggesperrt werden sollen. Und am besten immer lebenslang. Aber bloß nicht bei uns in der Nähe. Und ich sage das noch einmal, unsere Einrichtung ist absolut sicher. Ja, also Frau Wulff, Sie müssten langsam wirklich einsehen, dass Sie mit dem Herrn Trieger wirklich nicht weiterkommen. Sonst sollten Sie sich vielleicht auch mal von dem Herrn Dr. Wiegert begutachten lassen. Ja, ich glaube, das muss ich nicht. Sie glauben doch nicht, dass er sich hier hinsetzt und Ihren Mandanten zu Unrecht verurteilen lässt, um seinen guten Ruf zu wahren. Doch, genau das glaube ich gerade. Das ist ein dicker Stock. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass den Fatten interessiert, ob ich in den Knast wandere. Den interessiert doch nur, dass er seine Schäfchen im Trockenen hat. Herr Bartsch, das können Sie nicht beurteilen. Wie kommt es, Herr Dr. Wiegert, dass der Herr Trieger sich selber bezichtigt, diese Tat hier begangen zu haben? Ja, Konstantin ist ein Mensch, der Aufmerksamkeit braucht. Er sucht überall die Anerkennung. Genau diese Anerkennung ist es auch eben, an der er im Augenblick Spaß hat und die ihm Freude macht. Und das ist die Situation, wo er gerade jetzt wahrscheinlich in seinem Zimmer sitzt und sich schrecklich ins Fäustchen lacht und sagt, na, die werden sich jetzt aber ganz schön Gedanken darüber machen, wie ich das wohl geschafft haben könnte. Herr Dr. Wiegert, weshalb nennen Sie Herrn Trieger mit Vorname? Das ist mein Patient und ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht zusammen in diversen Therapiesitzungen. Das ist auch, deshalb sieht man sich doch. In diesem Falle ist es folgendermaßen, dass er das als Bedingung gestellt hat für die Kooperation, dass er möchte, dass ich ihn beim Vornamen nenne. Und in diesem Falle muss ich auch sagen, habe ich gesagt, okay, mir ist es wichtiger, das Behandlungsergebnis, als dass ich eben jetzt Wert lege auf irgendwelche Höflichkeitsfloskeln. Und die Autorität als behandelnder Arzt, da können Sie sicher sein, die ist dann nicht in Frage gestellt. Ja, so habe ich Sie jetzt richtig verstanden. Sie sind also der Auffassung, er brüstet sich hier mit einem Mord, den er nicht begangen hat, nur weil er sich in irgendeiner Weise wichtig machen möchte. Ja, richtig. Erstens das und zweitens kommt da noch hinzu, dass er ganz genau weiß, dass er mir damit Schwierigkeiten macht, wenn er den Eindruck vermittelt, dass ich die Klinik nicht im Griff hätte. Und das gibt Ihnen ein Gefühl von Macht. Und dieses Gefühl, das braucht er auch, damit er das Gefühl hat, mit mir auf Augenhöhe zu kommunizieren. Für ihn ist es einfach nur ein Spiel. Das ist weiter nichts. Aber ich kann das nur noch mal betonen, unsere Klinik ist wirklich absolut sicher. Das habe ich gehört. Nur angenommen, es wäre ihm doch gelungen, über Bestechung, wie auch immer, oder Liebe, ist auch schon mal ein Geschehen, rauszukommen, wieder reinzukommen, rein theoretisch. Was hätte er Ihrer Meinung nach getan? Gut, mal angenommen, das wäre tatsächlich so. Und was hätte er Ihrer Meinung nach getan? Rein hypothetisch können wir davon ausgehen, dass er sofort sich das nächste Opfer suchen würde, eben eine Frau, die halt in sein Schema passt. Gut, aber entscheidende Frage. Würde er nach dem Mord zurückkommen? Nein, also ganz bestimmt nicht. Und es ist auch so, wenn er draußen wäre, in jedem Augenblick, wenn er da draußen jetzt wäre, dann hätten wir die Gefahr auch, dass es nicht bei einem Mord bleibt, sondern dass jeden Augenblick ein neuer Mord stattfinden könnte. Oh, Entschuldigung bitte, Frau Vorsitzende, es ist die Klinik und ich muss da dran gehen, weil ich immer erreichbar sein muss. Bitte. Wiegand, guten Tag. Herr Dr. Weigel. Bitte, was? Nein, das ist völlig unmöglich. Nein, sowas, nein, sowas kann nicht passieren. Sagen Sie, wie konnte, wie konnte sowas passieren? Haben Sie die Polizei informiert? Ja, ich ruf, ja. Und? Konstantin ist ausgebrochen. Ich fass es nicht, ich fass es nicht. Ich denke, Ihre Klinik ist, ach so, sicher? Ja, das ist sie ja eigentlich auch. Eigentlich, Herr Dr. Wiegand, eigentlich. Was heißt eigentlich? Trigger ist ausgebrochen. Wie hat Konstantin Trigger es geschafft, auszubrechen? Ja, seine Heizung in seinem Zimmer war undicht und als dann zwei Pfleger kamen, um sich den Schaden anzusehen, da hat er den einen sofort mit einem Schlag niedergeschlagen und den anderen, den hat sie sich als Geisel genommen und sich mit ihm dann den Weg in die Freiheit erzwungen. Wie geht es dem Pfleger? Den hat er kurz, nachdem er draußen war, wieder freigelassen und ist dann mit dessen Auto weitergeflohen. Hat er denn eine Waffe dabei? Nein, das hat er nicht, aber das heißt ja nicht. Sie wissen ja schließlich alle, er hat vier von seinen Opfern mit bloßen Händen umgebracht. Er hat ihn ja regelrecht den Hals umgedreht. Da sehen wir ja, wie sicher Ihre Klinik ist. Ist wohl doch nicht so sicher, wie Sie es hier die ganze Zeit dargestellt haben. Ich denke, damit ist alles geklärt. Trigger hat gestanden, dass er Laura ermordet hat. Ja, und jetzt tut es ihm doch leid wahrscheinlich, dass er dann freiwillig in Ihre Astrosichere Klinik zurückgekehrt ist. Und genau deswegen ist er jetzt erneut ausgebrochen. Und wahrscheinlich sucht er sich gerade schon sein nächstes Opfer. Das hoffe ich nicht. Nur mich wundert eins. Wenn das denn so sein sollte, dann hatte er doch vorher eine Möglichkeit gehabt, Stückum raus und Stückum rein zu kommen. Also ohne, dass es auffällt. Warum eine spektakuläre Geiselnahme? Ja, da ist was dran, aber trotzdem... Was wissen wir denn, was im Kopf dieses wirklich kranken und völlig gestörten Mannes vor sich geht? Vielleicht hat er sich gelangweilt. Vielleicht will er auch tatsächlich Aufmerksamkeit erregen. Vielleicht will er auch einfach nur Dr. Wiegand schaden. Ich meine, befreundet waren Trigger und Herr Dr. Wiegand ja nun auch nicht gerade. Wir können also nur hoffen, dass nichts passiert in der Zeit, wo er draußen ist. Es sind jedenfalls sämtlich verfügbare Kräfte im Einsatz. Ja, aber es ist ein Skandal, dass er rauskommen konnte. Das kann man laut sagen. Salisch. Ja. Ja, danke. Wo? Danke. Sie haben ihn. Und, hat er jemand? Nein, Gott sei Dank nicht, aber er will mit Ihnen sprechen, Herr Dr. Wiegand. Er will mich sprechen? Ja, und er hat uns vorhin gebeten, ein Bild von der Laura zu bekommen. Ich werde ihm ausnahmsweise entsprechen, ich gebe Ihnen ein Bild mit von der Laura. Denn wenn es irgendwas mit diesem Verfahren zu tun hat, er irgendetwas weiß, versuchen Sie es herauszubekommen, ja? Ja, okay. Ich meine, eigentlich gönne ich diesem Triumph ihm überhaupt nicht, aber in diesem Fall will ich wirklich auch wissen, was los ist. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich begleite Sie, Dr. Wiegand. Okay. Hallo Alexander. So schnell sieht man sich wieder. Hast du mich vermisst? Sag mir mal so. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Da sind wir alle froh, Herr Trieger. Wie haben Sie das denn geschafft, da auszubrechen? Wer ist denn er? Das ist Staatsanwalt Römer. Er hat das Ermittlungsverfahren wegen dem Tod von Laura Halberstadt geleitet. Was gibt es denn da noch zu ermitteln? Ich habe Laura umgebracht. Sie war so wunderschön. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Und das habe ich auch schon mehrfach zugegeben. Reicht ihm das nicht? Das reicht mir in der Tat nicht, Herr Trieger. Sie können das Mädchen nicht umgebracht haben. Sie waren zu dem Zeitpunkt in der Klinik untergebracht. Er scheint sich ja sehr sicher zu sein. Das bin ich auch. Du warst es nicht. Du genießt doch den Trubel. Auf Dauer ist der Aufenthalt bei uns in der Klinik für dich wohl ein bisschen langweilig. Ich glaube, du solltest vielleicht doch besser kein Einzelzimmer mehr haben. Hast du vielleicht Schwierigkeiten bekommen wegen mir, Alex? Schwierigkeiten? Schwierigkeiten bin ich gewohnt, Konstantin. Das bringt mein Beruf so mit sich. Ja, Alex, das weiß ich. Kann ich das Foto von dem Mädchen sehen? Oh ja. Sie war sehr schön. Genau mein Stil. Eine schöne junge Frau. Das warst du nicht. Das weiß ich. Also, was soll das ganze Theater hier? Weißt du irgendetwas? Oder willst du dich nur wieder wichtig machen? Du weißt genau, was ich von dir hören möchte. Also, sag es! Bitte! Ihr habt etwas übersehen. So gut kann der Staatsanwalt dann wohl doch nicht sein. Was meint er damit? Was sollen wir übersehen haben? Die Pose, der Lippenstift, alles ist einfach wie ein wunderschönes Gemälde. Ja, es ist einfach perfekt. Aber... Aber was? Aber die Frisur, Herr Staatsanwalt. Die Frisur ist perfekt. So perfekt, wie ich sie niemals hätte hinbekommen können. Die hat jemand gemacht, der sein Handwerk versteht. Die Freundin. Ich hatte auch schon alles gesagt, was ich weiß. Was soll ich denn noch hier? Da bin ich mir nicht so sicher, Frau Roth. Haben Sie uns wirklich alles gesagt, was Sie wissen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß, ja. Wissen Sie auch, dass Konstantin Trieger ausgebrochen ist? Oder war man? Hat ihn wieder gefasst und hat durchaus Interessantes erzählt? Sie lassen sich jetzt von diesem Psycho einlullen. Was hat er Ihnen denn Interessantes erzählt? Sie haben Laura umgebracht. Sie waren es. Was? Was? Wie, ich soll es gewesen sein? Nein, ich war es nicht. Ich meine, der Doktor hat Ihnen doch auch schon erzählt, dass er sich nur wichtig machen will. Ich war es wirklich nicht. Sie haben sich mit Laura gestritten. Zwar haben Sie um eins ungefähr so gegen eins die Disco verlassen, aber Sie sind gar nicht nach Hause gegangen. Nein, Sie haben draußen auf Laura gewartet. Und als Laura dann auch endlich aus der Disco gekommen ist, haben Sie sich weiter mit ihr gestritten. Und während dieses Streits haben Sie ihr dann, wahrscheinlich ganz überraschend, möglicherweise vielleicht auch im Effekt, dann das Genick gebrochen. Ich hatte doch gar keinen Grund, Sie zu töten. Ich war es wirklich nicht. Ja, vielleicht ging es in Ihrem Streit um Tom. Vielleicht hatten Sie auch tatsächlich, wie es eben schon mal angeklungen ist, ein Verhältnis mit Nico Barth. Sie haben Laura getötet. Und dann haben Sie alles so hergerichtet, dass es aussieht, als wenn es Trieger gewesen wäre. Nein, ich war es doch nicht. Ich war es nicht. Ich wusste doch auch gar nicht, wie die Opfer aussehen. Ich hatte doch gar keine Fotos. Joachim, sag doch was. Ich war doch Ihre beste Freundin. Ich hätte das niemals gemacht. Ich hätte Laura nie was antun können. Wirklich nicht. Frau Roth, wofür brauchen Sie denn wirklich Fotos? Im Original hatten Sie die nicht. Das ist richtig. Ist es auch so, Frau Roth, dass über die Presse sind ja die Fotos alle veröffentlicht worden. Und nicht nur einmal. Sie waren immer wieder in den Medien. Zahlreiche Fotos. Schauen Sie, ich habe als Richterin mein ganzes Berufsleben mit Opfern zu tun. Und ich kann so wenigen es ersparen, vor allen Dingen, wenn die Täter nicht gestehen. Aber wie mit Opfern in der Öffentlichkeit umgegangen wird, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Sie werden schlichtweg benutzt, um Auflage, um Quote zu machen. Es werden von Ihnen Fotos gemacht und überall veröffentlicht. Und mit anderen Worten kennen Sie sie. Ich schätze dergleichen Dinge überhaupt nicht. Und das hat nichts mit öffentlichem Interesse zu tun. Aber es bedeutet, dass viele Leute außerhalb genau gewusst haben, wie sie aussieht. Sie wussten, Frau Roth, dass den Opfern Lippenstift aufgetragen wurde. Sie wussten, Frau Roth, dass den Opfern die Haare hochgesteckt wurden. Und genau das haben Sie gemacht. Nur eben zu gut. Ich war es doch wirklich nicht. Ich hätte es nicht machen können. Frau Roth, Sie sind Friseurin, oder nicht? Sie wissen, wie man professionell solche Hochsteckfrisuren hinkriegt. Ich habe es wirklich nicht gemacht. Was soll ich denn noch sagen? Frau Roth, die Wahl. Ich bin überzeugt davon, dass Sie in irgendeiner Form etwas mit Lauras Tod zu tun haben. Und wenn Sie nicht Laura getötet haben, wer dann? Frau Roth, wer? Wer? Ich bin's gewesen. Bei dem Streit, da ging es nicht um Cassie und mich, dabei ging es um Laura und Tom. Also Sie haben gewusst, Herr Barth, dass die beiden was zusammen hatten? Ich war mir sicher, dass sie mich betrügt. Cassie ist zwar schon vorausgegangen, um sich Kippen aus dem Auto zu holen, aber wir haben uns so heftig gestritten, Laura und ich. Da sind wir rausgeworfen worden. Herr Barth, wie ging es draußen weiter? Wir sind Richtung Tiefgarage gelaufen. Cassie voraus. Wir haben uns gestritten und ich habe sie immer wieder gefragt, wer es war, mit wem sie mich betrogen hat. Und dann hat sie mir gesagt, dass es dieser Tom war. hat mir gesagt, dass er ein richtiger Mann ist, nicht so wie ich. Schlappschwanz. Schlappschwanz hat sie mich immer wieder genannt. Und dann habe ich sie gesagt, sie soll aufhören. Und ich habe sie gepackt und ich habe sie geschüttelt und geschüttelt und geschüttelt und geschüttelt. Und ich habe gesagt, sie soll aufhören. Sie soll mich nicht schlappschwanz nennen. Ich bin ein Mann, habe ich zu ihr gesagt. Und dann habe ich sie geschüttelt und geschüttelt. Und dann hat es mir Knack gemacht. Und dann, ich wollte sie nicht umbringen. Ich habe sie geliebt, wirklich geliebt. Wer hat sie geschminkt und versiert? Das war ich. Ich wollte, es war alles ein Unfall. Und ich wollte nicht, dass Nico unschuldig ins Gefängnis geht. Er hat sie wirklich geliebt und er hat es nicht wirklich mit Absicht gemacht. Sie wollte mir nur helfen. Wie konntest du das nur machen? Laura war deine beste Freundin. Sie war dann tot und es hätte nichts gebracht, wenn Nico uns ins Gefängnis gekommen ist. Das hätte sie auch nicht mehr lebendig gemacht. Und Sie wollten wahrscheinlich auch nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Ich möchte nicht wissen, was da doch gelaufen ist. Herr Staatsanwalt Römer, ich denke, das ist ein anderes Verfahren. Noch fragen, meine Zeugin? Keine Frage. Nein. Bleibt unveröidigt. Noch Anträge? Nehmen Sie bitte hinten Platz, Frau Hoth. Noch Anträge? Keine Frage. Schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Das Gericht, nach dem, was der Angeklagte jetzt zum Schluss eingeräumt hat, müssen wir zunächst von der Körperverletzung mit Todesfolge ausgehen. Er hat gesagt, er hat sie geschüttelt, heftig geschüttelt, so heftig geschüttelt, dass dabei das Genick gebrochen ist. Das ist zunächst eine gefährliche Körperverletzung nach § 224. Und die Todesfolge, muss er sich zurechnen lassen, das war hier grob fahrlässig. Die Frage ist nur, wollte er sie nicht sogar töten? Und davon bin ich überzeugt, Herr Barth. Sie haben das nämlich angekündigt. Sie haben es mehrfach angekündigt gegenüber der Laura selbst. Wir haben das gehört. Das Opfer hatte selber eine panische Angst, dass das tatsächlich passieren würde. Sie haben es auch gegenüber ihrer WG-Mitbewohnerin angekündigt. Dann hat es in der Tat einen ganz heftigen Streit gegeben. Und jetzt passiert was Unglaubliches. Jetzt passiert etwas, was Sie sagen, ein Unfall. Aber nur wenige Minuten danach taucht ausgerechnet die Frau auf, die rot, mit der Sie vielleicht eine Affäre haben. Das ist ihr nämlich angeklungen. Und die hilft Ihnen das so zu drapieren. Das haben Sie geplant, Herr Barth. Das ist ein geplanter gemeinschaftlicher Mord gewesen. Davon bin ich hier überzeugt. Sie wollten Ihre Freundin um die Ecke bringen. Die Frau, mit der Sie eine Affäre haben, die hat Ihnen dabei geholfen. Und deswegen musste sie sterben. Und genau so haben Sie das auch angekündigt. Das war im Übrigen, Frau Vorsitzende, eine extrem gewalttätige Tat. Man muss einen Menschen massiv schütteln, damit der Tod auf diese Art und Weise eintritt. Auch deshalb gehe ich von Tötungsvorsatz aus. Ich beantrage deshalb hier den Angeklagten zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verurteilen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Staatsanwalt, Herr Staatsanwalt. Ja, hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Nach der Beweisaufnahme, da steht tatsächlich fest, dass der Nikobat hier die Laura ermordet hat. Das ist aber auch das Einzige, wirklich das Einzige, worin ich dem Staatsanwalt hier zustimme. Ein Tötungsvorsatz, nein, ein Tötungsvorsatz kann ich nicht im Entferntesten bejaht werden. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, stellen wir uns die Situation vielleicht nochmal kurz vor. Laura und der Angeklagte haben sich gestritten. Der Angeklagte hat sie an den Schultern gefasst, hat sie geschüttelt. Das war fahrlässig, ganz sicher. Aber niemand, niemand zieht in Betracht, dass wenn er einen Erwachsenen Menschen schüttelt, dieser dadurch stirbt. Es war ganz sicher nicht so, dass Nikobat hier die Laura ermorden wollte. Ich würde eher sagen, das Ganze war hier ein wirklich sehr bedauernswerter und auch tragischer Unfall. Aber Nikobat ist hier lediglich wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen und nicht wegen irgendeiner Vorsatztat. Das ist absolut abwegig und deswegen halte ich hier für Tat und Schuld angemessen eine Freiheitsstrafe von maximal einem Jahr, die auch zur Bewährung auszusetzen ist. Danke. Herr Halberstadt, wollen Sie einen Antrag stellen? Nein. Sie haben das letzte Wort, Herr Barth. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt und erträgt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren, folgender Beschluss, der Haftbefehl wird aufgehoben. Staatsanwalt Römer, es ist eine interessante Idee an sich. Kann man auf die Idee kommen, lief da mehr, war das irgendwie eine geplante Tötungshandlung oder gar Mord? Nur nicht bei dieser Art und Weise. Es waren keinerlei Werkzeuge dabei, Schminke, Frisur und so weiter hat man als Frau in der Tasche und versuchen Sie nicht durch Schütteln einen Erwachsenen zu Tode zu bringen. Wenn ich es will, nimmt man eine andere Tötungsart. Deshalb glaube ich und vor allen Dingen, wir können es ihm nicht nachweisen, dass es hier Mord oder Totschlag war. Für fahrlässige Tötung besteht allerdings auch keinerlei Veranlassung. Denn das Schütteln, wie Sie es uns ja auch hier gezeigt haben, vor allen Dingen, wenn man sie als Schlappschwanz bezeichnet hat, war so intensiv. Das hat wehgetan. Und es hatte zur Folge, dass bei diesem jungen Mädchen schlichtweg das Genick dabei das Genick gebrochen hat. Es gibt einen minderschweren Fall, denn normalerweise würde die Fallstrafe drei Jahre betragen. Und dieser minderschwere Fall hat dieses Gericht hier angenommen, weil es ähnelt doch so in etwa dem Totschlag, leidenhaft ausgesprochen, minderschweren Fall im Affekt. Wenn man durch Beleidigungen unmittelbar davor doch sehr erregt war, und das können wir Ihnen hier nicht widerlegen. Deshalb minderschweren Fall. Und aufgeklärt hat es in der Zwischenzeit an sich hier Trigger selber. Man wundert sich, welche Energie in diesem Menschen steckt. Er wollte einfach demonstrieren, dass hier in seinem Namen irgendetwas geschehen ist. Und typisch für ihn, er hätte es uns ja sagen können ohne Probleme. Nein, er muss diesen Pfleger mit Waffengewalt nehmen. Allerdings würde ich Ihre Sicherheitsschleusen doch mal ein bisschen durchleuchten. Dass man so weit rauskommen kann, hat mich doch sehr erschreckt. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel in der Revision einzulegen binnen einer Woche. Ab heute, Ihre Verteidigung wird Sie beraten. Die Verhandlung ist geschlossen. Frau Roth, ich möchte Sie jetzt noch mal nachvernehmen. Cassie Roth wurde vom Jugendgericht wegen versuchter Strafvereidlung zu 30 Arbeitsstunden in einer sozialen Einrichtung verurteilt. Die Verhandlung ist geschlossen. Die Verhandlung ist geschlossen. Die Verhandlung ist geschlossen.